Im Grunde genommen geht es nicht mal um dieses Werk, sag das Werk selbst. Vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott, mit einem leeren Geist. Lass erneut schreiben, wer du in Wahrheit bist, dadurch, dass du mit leeren Händen erscheinst und sag Gott, schreib du. Mein Ego hat lang genug geschrieben und es war leider nicht zu meinem Besten. Übernimm du doch mal. Ich bin gespannt, wie es dann ausgeht für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017